Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Natürlich willst du hier durch. Ich kann dir helfen. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Wir strecken die Untoten nieder. Ich spüre böse Schwingungen in dieser Richtung. Ein wahrhaft schöner Körper. Und voller Macht. Ich bin unbesiegbar. Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an. Zusammen. Für die Königin. Du kriegst das Seelenschwert nie, Schnuckelchen. Gut, wisst ihr was? Ihr wollt einen Kampf? Ihr kriegt einen Kampf. Das ist ein großer Junge. Ein ganz großer Junge. Schwestern, ich glaube, wir haben unseren Champion gefunden. Oh, hör mich an. Klappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Tina, hier ist ein Kälteflip aufs Spielbrett gefallen. Sondern ein großer, uralter Meteor, der vor Jahrtausenden vom Himmel gefallen ist. Das ist mehr als er sieben. Die Flasche ist krachen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Wir brauchen hier mehr Kalzium! Wir brauchen hier mehr Kalzium! Wir brauchen hier mehr Kalzium! Wir brauchen hier mehr Kalzium!